Hedgebang mit einem Zopf Mit einem Zopf, ja klar! Und fehlt die Decayment Tatsache, scheiße! Warte mal, hier hatten wir alles, hier hatten wir alles Ich guck noch mal nach! Hier hatten wir alles, hier hatten wir alles Gut, läuft aber schon mal alles ganz simpisch Sollen wir da rein oder sollen wir erstmal das Giftgemoja machen? Einen auf Schlange Wir gehen da rein Hier rein? Nein, da unten Ich weiß nicht wie die Decayment es ist Okay Willst du's machen? Dann musst du erst ein bisschen nach Ich glaube, er kam die Stelle nach dem Bonus Er kam die Stelle nach dem Bonus Er kam die Stelle mit dem Erokanon-Typen Ja Dann kannst du es nicht falsch spielen Okay, wenn ich ihn kriege Die ist ja fast schon wieder verstorben Die Schweine, die waren immer Das waren die damals in der Klasse Die immer die Besten im Seizleiter waren Ja Ja Das war so eine Gang, so eine Schwule Gang Die immer die Jüngeren gemobbt haben Ja, das waren die Coolen Die ganz Großen, wow Die Krokodile waren immer die Coolen Kids Das waren immer die Coolen Und haben die Affen gemobbt Scheiße Voll in die Fresse geschlagen Okay, wo nur einmal fällt Du fällt das Gangster-Kid Wow, wow, wow Lass mich spielen Du bist denn der Joker? Ja Okay Ich will das nicht machen Ich will hier oben Von mir Aber sie geht doch da Da geht sie Mach nicht nach rechts Das ist ein Witzarten Wir hatten schon genug heute Ja Jetzt gehen wir nochmal da Das ist ein O Und das ist ein O Und wenn man eins einsammelt Verschwindet das andere einfach Paradox O Oh Oh Ansonsten könnte mir fallen Das äh Coolen Oder Coolen Zwei Uhr Oder so Buchstaben Ich sterbe Scheiße Steh da hoch Ah Gut, da ist die Mitte Ja Wie, du stirbst jetzt Ich kill dich Du Wenn du stirbst, ey Dann kill ich dich Wenn du mir das Herz brichst Brich ich diese Beine So nach dem Thema, oder wie? Ja Oh, diesmal hier ist unsere Fail Stelle Wir kriegen da diesmal hin Du hast mir dein Herz gebrochen Du hast mir mein Herz gebrochen Jetzt werde ich dir auch was brechen Spongebob Zitate FTW Ah, was ist denn der? Ja Huff 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 Ah, da ist das End Die Wand Okay, raus Wir sind on Wir sind on Alles klar Warte, jetzt gehen wir off Gut, hier haben wir alles Auf, auf Erstmal speichern Geh mal speichern Junge Du bist cool Mann Geh die Ah, was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Gebt mir meine Rente Ah, von mir aus Immer die Kinder, die ich in die Elten georgen Oh, ich lese mal in meinem Buch und so Oh mein Gott, jetzt ist die weg Du, 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 du du Du, 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 du Du, 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 du Wir machen dort Level Ach, hier Ach, seid hier aufgeregt Kein Problem Wir stehen hier alle in der Reich Ja, wir drücken euch die Daumen hier Natürlich, voll in der Geschichte Natürlich Voll in der Geschichte Ich bin nicht getwille, nein Das ist das Wie dreht der Name dieser Welt? Reich Kei, wo ist Reich? Ja, okay, das heißt, voll cool Wie heißt der Reitermann? in dem Erfnmuseum lebt. Äh... Creaky Birdie. Quakeye. The Creeper. Donkey Kong. Gute Antwort. Weiter geht's. Welche dieser Gegner erscheinen auch im Spiel Donkey Kong Country? Fingep. K-Kanony. Ja, das ist voll cool. Hier ist doch der Preis. Okay. Schloss Challenge. Wie heißt das Schloss Level in dem der Bohnen steigt? Schraubzüge. Schraubzüge? K-Kanony. 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 Ja. Okay, seid voll schlau. Wie viele tierische Helfer könnt ihr in diesem Spiel reiten? You can ride, I don't know. Waren das nicht 5? Maybe. Also wir haben eben Gorgs mit Faust und Gorgs mit Ken. Und Rambi, Rambi. Rambi, Rambi. Und die Spinne. Und die Spinne. Und die Zalane Spinne. Und die Schlag. Und die Schlag. Also 5. Das war cool, ihr seid voll schlau. Okay. Okay. Wie heißt der fliegende Kestermantrik reinlegen, der Gegenstände nach rauf schmeißt? Flapper, Kluark oder Blackjack. Der heißt Kluarkle. Blackjack. 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 Okay, ihr seid voll schlau. Ihr mögt wohl kleine Spinnen. Okay. Wie viele Schalamtische stehen in der Kopfschule? 5? Oder so. Ich glaube, ein 6er Pokal. Nein! Das war schlau. So ein Scheiß aber auch. Er guckt nur nachschauen. Er guckt nur nachschauen. Dann mach 5. Ich sag 5. Ja. Okay, ihr seid voll schlau. Wie viele verschiedene Gegner gibt es in diesem Spiel? 30? Goldene Mitte? Oh! Dui, dui, dui! Dui, dui! Cool, ihr seid cool. Auf Wiedersehen, du Bastard. Okay. Bin ich super? Ja, ich bekomme ich wieder. Okay, auf ins Giftgebäuer. Eine weitere A-Viteration. Los, da bin ich! Ja, jetzt ist das Hammer. Wir brauchen noch irgendein S-Loggen für die Schlange. Was könnte denn zu einer Schalange passen? Mir fällt gerade nichts ein. Du weißt ja, wo die Decay-Pilze ist, ne? Ja. Nimm mich bei dieser Biene! Wer hat sie gesehen? Hey, hey, ich! Ich hab dich schon vorher gesehen. Okay. Los, Beilu. Das kann ich noch schaffen. Du schaffst das, los! We trust in you! Wow! 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 Zeiße, falsche Richtung! Ah, naja. Das war zu scheitern verurteilt. Das war fast schon gut. Oh je, jetzt muss ich... Wenigstens mit der Decay-Münze schonmal. Gut, jetzt muss ich das irgendwie schaffen. Okay, dann musst du das irgendwie schaffen. Ja. Tut mir leid. Das war dein geheimer Plan, du willst das Level gar nicht spielen. Und ich wollte dir nur den einen freistoßen, nicht gönnen. Ach so, natürlich. Natürlich. Das gönne ich dir einfach nicht. Ich hatte ja sehr viel Zeit durch die Decay-Münze. Dann muss ich mich jetzt nochmal spielen. Das ist so vom nochmals Spielgesetz festgeschrieben. Du hättest mich sowieso dran lassen. Oh, ich muss dich auch so ran lassen, hast du gesagt. Ja, das ist gesetzlich. Okay, tschüss. Wow, ich bin ganz schön tief gefallen. Du warst aber schon ganz schön weit oben, nicht wahr? Ja, das ist immer so. Man kommt hoch und dann fällt man sich. Gut. Also man macht eine Bewerbung, fängt als Praktikant oder so in der Firma an, wird dann eingestellt, gefördert und wird irgendwann Chef des Unternehmens und dann passiert irgendwas und das Unternehmen geht bankrottnen und alles vor umsonst. Und du bist eigentlich erst 30 Jahre alt und eure besten Mitarbeiter sind über 50. Ja. Das ist irgendwie schon bitter, ne? Der Erfolg ist 20 und schon Firmenchef und dann Mitarbeiter sind alle fliegend, 30 bis 40. Ja. Ja, es kommt gut, ne? Du als so kleiner Stüppi kannst die Leute dann da rumkommentieren und die anderen beschweren sich dann zu Hause immer so, Ja hier mein Chef, der ist viel jünger an sich, der schmeißt mich bald raus, die wollen mich durch Maschinen ersetzen. Es gibt eine Sache, die wir niemals durch Maschine setzen können. Oh. Der Nagelklipp. Weißt du, der gibt schon seit Ewigkeiten. Ich hätte immer irgendeine Maschine vor automatisches Nagelkleppen. Eins klebt Uhu nicht. Gebrochene Herzen. Wow. Der Spruch war total scheiße, ne? Aber dafür klebt gebrochene Herzen sehr gut. Fahre Urlaubssperma. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Auf geht's, Squawks! Squawks, Squawks! Da Mitte! Die Mitte. Hallo, Squawks! Squawks, die Don't Trust. Siehst du? Wir haben dich enttäuscht. Amerika ist enttäuscht von mir, Squawks. Naja, okay. Ab jetzt spiel ich jetzt mal. Ich guck mal, was ich machen kann. Was ich machen lässt. Okay. Gratisverwandlung. Yes. Wir sind mit doppelt Squawks. Squawksception. The United Squawks of America. Wo bleibst du nur nie wo? Wo bleibst du nur nie wo? Wo? Lass mich in die Wand. Die geile Schatzkammer von King King King. Das war fast schon knapp. Ich glaube nicht. Die Squawks könnten uns auch wieder beeilen. Um hier irgendwo heranzukommen. Ich weiß nicht genau. Hier braucht man beim Nachwuchs-Squaw-Partner mal ein bisschen Zeit. Warte ich mit Squawks? Auch noch irgendwas? Ja. Haut rein Leute! Zalandus-Squaw-D Wenn jemand ein guter Kunde da wäre, dann die ich spielen. Ja. Die ich jetzt spielen darf. Ein Brechtzweuer irgendwo. Ich weiß nicht. Ich muss sogar den Dickhänden ziehen. Dabei haben wir die schon. Die haben wir schon. Ich glaube da war der Biene. Ja. Nein! Du bist zu tief! Lauf! Du bist zu hoch und ich sage du bist zu tief. Los! Los du schaust das! I trusted you! Jetzt erscheintest du wieder diese alten Biene. Mann! Wir hatten irgendwie mal 60 Leben, ne? Das war vor der Währungsunion. Damals war ein Leben noch was wert. Auch heute ist hier ersetzbar. Dann kam die Inflation. Dann hast du eine Million Leben gehabt und dann hat dir nichts gebracht. Aber am Schluss war es trotzdem tot. Super! Boah wie philosophisch wir hier sind. Dann kam der Euro und das Leben wurde trotzdem nicht besser. Ja deswegen führt man am besten mal an. Scheiße! Da hat man sein ganzes Leben auf der Bank gehabt um trotzdem anzuprafen. Oh scheiße. Zinsen ohne Ende gemacht und dann wird das ganze Geld irgendwie weg. Dann geht die Bank pleite und dann musst du trotzdem am Arsch. Ja wir gehen hier bald pleite ein Leben. Ich frage mich wie Skorx fliegen kann ohne die Flügel zu bewegen. Der huscht da so voll nach vorne während er die Flügel oben hat. Ich wollte gerade eine logische Erklärung machen, aber wenn ich das jetzt so siehe dann... Das ist deine Logik halt irgendwie an Bobbesen. Der benutzt doch die Restenergie vom feierigen Flug um... So schön. Und so nach vorne zu pumpen. Nein, ja genau so fliegt der noch. Und wenn er auf LSD ist, dann guckt der so wie gerade eben. Dann klingt er auch so. Hör auf! Hör auf! Nein, guckt der Wedel da mit der Schwanz... äh mit dem Federschwanz wieder an. Mit dem Federschwanz. Guck, super super. Da hätte man sich... Hallo! Und ich bin um... Ich bin eigentlich abgezeichnet ein bisschen. Dorykon-Cartymusik. Nein, also Majora's Mask. Also Majora's Mask. Und zwar genau ein Lied. Das beste Lied, das du jemals gegeben hast, in meiner Meinung nach. Das vom Dekopalast? Ja, das ist geil. Ich meine den Clockdown-Themen. Den Weeping-Song. Das ist so ewig. Der erste Bonus-Game. Wow! Weiß ich auch hier irgendwas mit Ranken? Ja! Ja! Ranken! Danke! Diese grünen Dinger ranken sich in unser Leben wie dornige Reine. Du bist dein Wo-Ehmann, das war die falsche Seite. Ihr schafft uns! Ja, die haben ja heute wieder an der Schule so einen pupschen Text in diesen Altdeutschen. Und wie es da geschrieben wird, wie diese philosophischen Sprache vom Jungen. Die kein Mensch versteht. Ich vermag, ich vermag dies zu ersagen, denn... Oh, das Level ist nun zu Ende und gut. So, was wollen wir haben? Was willst du haben? Sieben Tage lang. Was willst du haben? Ich hab mich für das Money entschieden! Wir haben Banane! Sieben Tage lang! Wir haben Banane! Was hast du? Oh! Oh! Wir haben ja wenigstens alles! Yes! Yes, of course! 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 Of course! Wir sind geil! Das ist leider noch nicht das letzte Level. Jetzt kommt der Boss! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sollen wir vorne noch was speichern? Ja, bitte! Das wird doch so spannend! Sollen wir hier einen dramatischen Cliffhanger machen? Ja, haus mich! Wir sind auch die Zeit raus, so circa ein bisschen wissen, dass das 15 Minuten sind. Ja... Nee... Egal! Wir machen jetzt den Boss noch! Ja... Lass mich raus! Lass mich raus, Olle! So... Das wird hart, eh! Wir werden wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. Das ist so hart! Du wirst das schaffen! Okay... Da ist die Kane! Ja, wir haben es geschafft! Wuuuh! Wuuuhuu! Jaaaaaaah! Hey Dixie, guck mal da! Was? WTF? Es ist auch eine geile Musik! Oh, King K. Rool, du fetter Arsch! Otto, du bist jetzt wieder drin! Ich hab die Kette mit meinem Gesicht beendet! Ja... So, hier ist alles! Einfach nochmal gucken! Hier ist alles! Hier ist alles! Hier ist alles! Alles supi! Wuuuh! Wir sind cool, cool! Das Lied ist nur ein einziges Mal im ganzen Spiel kommende! Und wir dürfen auf den Dornenlauf! Ob wir es schaffen? Weiß kein Mensch! Natürlich schaffen wir es! Wann! Das Wann ist die Fray! Äh, okay! Nach rechts! Nach rechts! Nach rechts! Oh, wow! Das war ja fast schon cool! Das war cool! Das war ja voll sozial! Ne, die sind wieder die Ranken! Und damit ist dir die Vertrauen! Ja, jetzt kann er wieder anklettern! Boah, da ist die LSD-Biene! Boah! Boah! Scheiße, ich hab wieder zu viel genommen! Boah! 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 Ich weiß, es gibt schönere 8 Betranken! Boah! Boah, was gibt's? Boah! Boah, es gibt schönere 8 Betranken! Boah! Boah, es gibt schönere 8 Betranken! Nee, kommts nicht. Das hab ich mir gemerkt, ne? Wow. Ja, ich kann mir auch Sachen merken. Der zu Fußball ist ja gar nicht so arm. Geht's mir noch hoch, dann nach links, dann macht's... Die Haare von Dixie standen wieder wie ne Eins. Ah, verdammt. Selbst wenn im hohen Dorn die Frisur sitzt. Ah, dieser scheiß Igel da, ne? Oh! Der hat dich gepiext in den Popo. Okay. Die müssen sterben. Die, Motherfucker! Sie werden sterben. Ja, sie werden alle mal nacheinander sterben. Das würden sie... Ja, du dort auch. TNT, das brauchen wir auch noch. Wen sollen wir töten? Sieben Tage. Sieben Tage. Wen sollen wir töten? Wen denn nur? Den Singer dort haben wir umgebrochen. Das haben wir... Was soll wir do? Verzwangern. What shall we do with a rumpet sailor? What shall we do with a rumpet sailor? Stop, stop, stop! Stop, 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 stop! Subred the Fehler in diesem... Dixie, don't give a fuck! Wo ist Dixie? Hallo, Dixie? Dixie! Wo bist du? Er findet mich... Ich glüff... Ich glüff... Ich glüff... Ich glüff... Ich glüff... Ich glüff... Ach, da bist du ja wieder! Hi! Hi, na? Kann ich dich dagegen werfen, ohne dass du stirbst? Ja, ich versuch das wert. Okay, aber auch nur einer. Okay. Cool, ich bin gestorben, ob wir unter mich geworden sind. Oh, mein Gott. Wir haben verkackt, Mann. Du brauchst mich, um weiter zu kommen. Du bist ein Arsch. So, das ist ein Bundeslager. Ich glaube, das hat sie mich auch schon gemacht. Ja, und es ist dann qualvoll an diesen Don da... Auf dem Spiegel drin. Gut! Und auch nicht. Oh, den da! Hauptsache, ganz... Und dann durch... Das war brutal. Ja, einfach nur noch angreifen, obwohl man schon tot ist. Ja, wenn er am Boden liegt, einfach noch mal drauf smaschen. Die Welt ist brutal. Brutalste Sportart der Welt mit Dorn drauf. Nach den Bedingungen. Ne, wie... Was war das? Äh... Brennendes... Brennender Hockey-Punk. Von Top 10. Guckt's euch an. Die 10 gefälligsten Sportarten. Diese Eben-Körner. Immer diese Eben-Körner. Diese Eben-Körner. Oh, verdammt! 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 Aber Hauptsache, gerade da, wo noch die Hitbox von den Dornen gerade... ...geanfangt hat! Uh! Oh! Komm her! So ein Arsch! With Pinky Dixie, what should we do with the Pinkies Dixie? What should we do with the Pinky Dixie? Early in the evening! I'm just going to say that. Let's go! Willst du mich töten? Boah! Mami! Der böse Folge hat mich wieder gemobbt. Gemobbt! Komm, wir haben jetzt nur einen Versuch. Ansonsten rennen wir einfach jetzt mal durch. Und machen das dann danach. Oder? Können wir wenigstens direkt raus, wenn wir es irgendwann mal geschafft haben. Steht nicht. Wir kriegen einen Plan, da verräumt sich die ganze Leben hier. Das ist ein Problem. Ist doch voll der Plan, ne? Der Plan ist voll der Plan. 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 Get full of Mami. Yeah. motivationТ оє háiскw Es geht ir Bay out Our money 妳 Weg von mich. Ja. Wollte ich auch gerade vorschlagen. So ... Sießen haben aus dem Spiel nur Drohnen. Nur noch EIN Versuch, dann lassen wirs. Und dann klappt das. Und jetzt ist voll dein Leben gesprungen. Oh, ich hätte dich so getötet, ey. Ich dachte mir nicht. 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 Das ist Dixie Feige. Freundlich. Ich wollte gerade mit dem U-Sohnen. Du bist so ein Trigger. Hier, hier, hier. Du schaffst es zu beest zu beest. Nein, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ein Feinheit bekomme oder nicht. Deswegen machen. Ich einfach.